Und ich gehe mal wieder ein paar Tage zurück in das Jahr 1963. Ich mache mal was Deutsches. Der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Türken, Perser, Inder und Chinesen. Wer auf der Welt was auf sich hält, ist da gewesen. Die Galle, die Galle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Oh lala, ich bin da, in der herrlichen Stadt an der Seine. Oh, ich finde Paris ja so schön. Und heut Nacht hab ich was Tolles gesehen. Die Galle, die Galle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Die Galle, die Galle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man denen Deutsche Schweider und auch Schweden, Die dann ihr Leben lang von dieser Reise reden. Die Galle, die Galle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Oh lala, ich war da. Gerne denk ich zurück an die Zeit. Bin zu jeder Beratung bereit. Wer was wissen will, dem sag ich Bescheid. Die Galle, die Galle, die Galle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Es rollen, da sieht man Menschen aller Nationalitäten. Es rollen Franken, Dollars, Möcken und Piseten. Die Galle, die Galle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Die Galle, die Galle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Die Galle, die Galle, die Galle, die Galle, die Galle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Menschen aller Nationalitäten. Wir rollen Franken, Dollars, D-Mark und Piseten. Die Galle, die Galle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Ja, vielen Dank.